Ja, Sie möchten darauf zu sprechen kommen. Ja, Yves Cole, der Ruf Evas. Adams Ball bedeutet ein Ball, auf dem getanzt wird. Und das ist Adams Ball. Und wenn dies eine Party ist, dann gibt Adam sie. Und Evas Ruf, glaube ich, bedeutet, dass Frauen zu ihren Kindern sprechen und für ihre Kinder und für die zukünftige Generation bitten, eine friedliche Welt zu schaffen. Keine Kriege mehr. Dankeschön. Danke, Joko Ruhner. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Mit ihrer Band, genau wie auf der Tournee, hören wir jetzt das Lied. Wir haben es hier genau nochmal. Mit ein paar Zeilen. This is hell in paradise. We are all asleep or paralyzed. Why are we scared to verbalize our multicolored dreams? Hier ist die Hölle im Paradies. Wir schlafen alle oder sind paralysiert. Warum haben wir Angst, unsere vielfältigen Träume auszudrücken? Yoko Ono und ihre Gruppe mit Hell in Paradise. Please. Aplausos. Aplausos. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020